Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Asphalt Legends Unite. Ich habe jetzt mal endlich herausgekommen, wie das Ding heißt und ich habe auch herausgefunden, dass jetzt hier alles läuft. Also, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann tut er jetzt auch den Zahn aufnehmen, nicht so wie bei dem anderen Programm. Nämlich OBS, da hat es nicht funktioniert. Ich benutze mich jetzt gerade Streamlabs OBS. Ja, da nimmt er wenigstens den Sound auf. Das passt ja schon mal gut, Kindle. Das ist natürlich blöd, wenn man das nicht funktioniert. So, jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen kontrollieren. Achso, Leute, ist es bei euch auch gerade so übelst stürmisch? Also bei mir auf jeden Fall. Hä? Fühlt sich das Auto auch mal so anders an? Ah, ich muss nur gegen diesen Kack-Gunnie kommen. Ja, Bruder, der ist doch viel schneller als ich. Wie soll ich den hinterherkommen, wie ich spiele? Okay, ich habe es geschafft. Der spawnt vielleicht wieder sooo hinter mir, dass ich, äh... Guck mal, wie schnell der wieder hinter mir ist. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich bin viel schneller gelegen als er gerade. Diesel dich. Kommst hier nicht so richtig. Komm, Alter. Nie mit dir. Ah! Bruder, er ist schon wieder hinter mir. Okay, ich habe es jetzt kurzzeitig geschafft, zu überholen. Okay, okay, okay. Wir sind auch gerade mal bei 11.50% erst. Okay, ich bin da leider froh, ne? Ah, ich bin da Ivan. Meinísserer Bei mir zu sein. Komm mal da. Okay, okay, okay Ja, ich hab's geschafft Wir haben jetzt dieses Level-Ding auch nicht mal geschafft, nach einer halben Ewigkeit So, easy So, jetzt weiß ich nicht, was das hier ist, aber das hat auch irgendwie 10 Dinger Aber wir wollen ja erstmal nur das hier alles machen, dass wir hier weiterkommen halt, ne? Ihr wisst, was ich meine Deswegen machen wir jetzt erstmal das hier Sind natürlich wie immer ein Schottland Wer hätte es gedacht? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken Den können wir ja null upgraden, ne? Ne, wir haben ja alles geupgradet Den haben wir jetzt als letztes bekommen Ich würd sagen, den grade ich mal ab, oder? Der geht aber bis 793 anscheinend Okay, der geht bis 910, easy Natürlich mach ich den hier Ja, ich weiß, dass ich wo upgraden muss, Mensch So, wir machen jetzt erstmal bei jedem eine Suche immer weiter Ah, perfekt, jetzt habe ich nämlich hier alle geupgradet Und jetzt ist er nämlich auf Stufe 841 So Können wir nämlich auch mit dem fahren Jetzt haben wir sogar noch einen besseren Rang Wir haben nämlich alles pool geupgradet Wie man auch immer sagen will Also fast ist Fahre in Position 3 oder besser durch Ziel Drück Meter 100 Okay Sollte machbar sein mit meinem Gefährt hier, mit meinem Chefpolizei Sollte Lange Sieg N이없う es gibt 3 type Ich hab ihn zerstört, bin aber da unten reingefangen. Bam! Hab ich jetzt die andere Aufgabe gestochen? Nee. Ja, Mann. Na ja, die muss ich nochmal neu machen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal das Level geschafft. Räte ansehen, halt. Ich hab keinen Bock da irgendwann anzusehen. Ah, guck mal, ich komm sogar trotzdem weiter. Aber ich mach trotzdem eine zweite Flagge. Denn ich will natürlich hier alles zu 100% gespielt haben. Ähm, ja. Leute, ich hab auch eigentlich wieder Bock zu streamen, tatsächlich. Ich sag's euch ehrlich. Aber das kann ich bald machen. Also, ich werd wahrscheinlich bald auch etwas täglicher streamen. Denn ich will mir ja einen neuen PC holen. Weil den PC, den ich jetzt hab, der kann man nicht mit streamen. Also das geht einfach nicht. Und, ähm, ja. Ich will mir einen neuen PC holen. Er kostet erstmal nur 3000. Ähm, ja. Was heißt 3000? Er kostet irgendwas mit 2400 an. Also, es ist auf jeden Fall viel besser, wenn ich ihn holen will. Ja. Ne, auf jeden Fall will ich mir einen neuen holen. Und damit, ähm, auch etwas bessere Spiele zu spielen. Und das hoffe ich mal, dass man das spielen kann. Also, ich hoffe mal, ich hab die Aufgabe jetzt... Ah ja, hab ich. Perfekt. Ne, also, ich will mir auf jeden Fall einen neuen PC holen. Den hab ich mir auch schon mal angeguckt. Auf der Arbeit tatsächlich. Ja, ich hatte Zeit auf der Arbeit, äh, nach PCs zu gucken. Tatsächlich. Ja, deswegen hab ich das mal gemacht. Und, äh, da hab ich, ähm, auf einen gestoßen. Ne, natürlich hol ich den mir dann auch von Lifcom. Und den will ich direkt auch kaufen. Also, da werde ich jetzt nicht irgendwas finanzieren oder sowas. Den kau ich mir direkt. Ja. Wenn alles so klappt, wie, wie es sein soll. Dann, äh, natürlich. Also, es könnte natürlich auch alles, äh, nicht so laufen, wie ich es mir denke. Denn ich hab morgen einen Termin. Also, für euch ist es praktisch schon heute. Denn ich hab... Wenn ihr das... Dann hab ich gerade den Termin mit einem, äh, Einkaufsladen. Das heißt, mit einem Bäcker. Ja. Und mit diesem Bäcker bin ich dann... Ich hab grad am Verhandeln zum Arbeiten. Aber ich berichte euch morgen in einem Video mehr. Ne, also, wenn das klappt, wenn ich da arbeiten kann und sowas, dann... Werdet ihr auf jeden Fall davon hören und... Ja. Genau. Haha. Na, auf jeden Fall werd ich euch morgen mal berichten, wie es gelaufen ist. Ob das gut ist, ob ich da arbeiten werde. Wie viel Geld ich vielleicht auch damit verdiene, ne. Das spielt ja auch ein bisschen ne Rolle. Ich hoffe mal auf jeden Fall genug, dass ich das auf jeden Fall mir... Seelen holen kann. Weil das ist ja praktisch ein Minikop, ne. Da tu ich dann halt... Vielleicht wahrscheinlich Samstag und Sotos arbeiten. Dann kommt natürlich schon ein bisschen mehr Geld in The Thief, ne. Aber das werd ich alles dann morgen mit denen abklären. Und... Ja. Ne, also für euch ist es wie gesagt heute. Heute... Ich hab sogar den Termin genau dann, wenn das Video rauskommt, ne. So ein Professionier das ist. Als hätt ich's, äh, angefasst da ran. Wenn du morgen wirst du mit dem Video, äh, drehen schwierig. Ja, ich muss ja auch noch die Videos drehen. Die muss ich dann alle danach drehen. Das ist ein bisschen blöd. Aber sollte auch machbar sein. So. Fahre in Position 3, oder besser durchs Ziel. Zwischte jetzt 20 Meter, fand er gar nicht. Sollte ich ja auch hinkriegen. So, was hab ich denn hier schon alles für Karten? Ich will auch dieses Ding da vorne haben. Zwischte 150 Meter. Ich kann gerade gar nichts machen. Doch, so kann ich durchgehen. So, Aufgabe erledigt. So. Visste. S-7 – 2. 7 – 3-J. Ok, ok. Ok, ok. Ok. So, wirst du nicht zu. And here. Yo, wie gesagt. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Komm, Alter. Kommt rein mit dem Musiklang. Okay, wie viel haben wir jetzt? 4.000 haben wir da durchgekriegt. Oha. Wir können einfach das andere Auto jetzt auch noch, mein Gefühl. So, weiter geht's. Ich hab sogar 4 und 5 direkt freigeschaltet. Das habt auch wieder 10, ne? Gut, machen wir mal hier mit dem hier weiter. Äh, ja. Empfohlener Rang 727. Guck mal, jetzt hätte ich sogar das eine Auto, glaube ich, nicht mehr nutzen können, weil das hier viel mehr Dings haben muss. Ja. Ich glaube, ich müsste auch bald ein neues Auto kriegen. Weil sonst mein Rang wieder so schlecht ist. Also ich hab mir jetzt noch 8.000. Bald kommt auch wieder ein neues Auto. Guck mal, meine Beschleunigung ist auch sehr geil eigentlich. Die überholen mich nicht. Es sei denn, ich glückte. Dann ja. Aber dann mach ich einfach den hier. Und dann mach ich den hier. Und das stört einfach 2 Autos, weil die mich überholen. Okay, ich bin irgendwie 1. und da bin ich auch drin. Glückwunsch, du hast ein, äh, was? Was habe ich gekriegt? Ah, 5 Karte ist geil. Schön, dass hier nichts drin ist. Ah, hier tägliche Ziele. Die hab ich nämlich gemütet. Jo, hab ich hier Spiel zum Einsammeln. Ich merke nochmal, dass ich sehr viel nicht eingesammelt hab. Hab ich jetzt alles? Ja, ne? Nee, das wärm ich nicht. Okay, so. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Service vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ab und Tromm auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao. Outro